Herzlich willkommen zu Promis im Fokus mit eurer Erklärkatze Diablo, wieder ist eine Legende von uns gegangen. Heute leider im Fokus Günter Wewild, dem einige durch die SR-Sendung, kein schöner Land, bekannt sein könnten. Der Sänger und Moderator Günter Wewild, bekannt durch die langjährige SR-Sendung, kein schöner Land, ist verstorben. Er starb am Dienstag im Alter von 88 Jahren. Günter Wewild war fast 20 Jahre lang als Opernsänger und Volksliedinterpret für den saarländischen Rundfunk tätig. Von 1989 bis 2007 führte er durch mehr als 150 Folgen der beliebten Volksmusik und Reisesendung, kein schöner Land. Günter Wewild verstarb am Dienstag im Alter von 88 Jahren. Laut der Nachrichtenagentur Deutsche Presseagentur ist er friedlich eingeschlafen, Wie seine Familie bestätigte, mit Günter Wewild verabschiedet sich nicht nur eine anerkannte Opernstimme, sondern auch ein äußerst beliebter Entertainer von der Bühne, sagte SR-Intendant Martin Grasmück. Der saarländische Rundfunk verdankt ihm mit seiner Sendung kein schöner Land bundesweite Fernseherfolge und eine äußerst beliebte Unterhaltungssendung beim Publikum des Ersten und des SR-Fernsehens. Wewild war ein feiner, angenehmer und geselliger Mensch, der unvergessen bleiben wird. Der saarländische Rundfunk wird Günter Wewild immer in Ehren halten, fügte Grasmück hinzu, Wewild stammte aus Arnsberg im Sauerland. Nach seiner Ausbildung bei der Deutschen Bundesbahn studierte er in Dortmund klassische Musik und Oper. Anschließend war er jahrzehntelang Teil des Ensembles der Dortmunder Oper. Mit seinem Basso Profundo feierte er Erfolge an vielen deutschen und europäischen Bühnen. Auch als Volksliedinterpret und Sänger von ergreifenden Balladen machte er sich einen Namen. Durch zahlreiche Fernsehauftritte erlangte der mit dem Ehrentitel Kammersänger ausgezeichnete Wewild deutschlandweite Bekanntheit. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über dein Kommentar oder Like. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Call it with a mouth.